Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3 und wir let's playen heute mal die Elder Scrolls Skyrim und ich habe einen Bär entdeckt. Schaut bitte mal auf den Bildschirm. So, liebe Abonnenten, Zuschauer, PSN-Freunde, bitte schaut einfach mal auf den Bildschirm. Seht ihr irgendwo das Tier? Schaut euch mal genau um. Hä? Was ist das? Was ist das? Ja Jungs, das frage ich mich auch die ganze Zeit und das werden wir jetzt mal schauen, was das ist. Wir schleichen uns an, nehmen den Bogen und laden ihn durch. Bogen oder Braunbär? Ich glaube, das ist Pidobär. Oh, YouTube Gamescom kommt und der Kampf beginnt. Das Tier kommt auf mich zu, Ladies and Gentlemen. What the fuck? What the fuck? Baff! Burn! 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 So gehört sich das. Mistweg. So. Gehen wir mal weiter. Oh, wen haben wir denn da? Seid gegrüßt, Bruder. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft. Also, da haben wir einen Ork vor uns. Und der hat bestimmt gute Rohstoffe bei sich. Ja, da geht ihr einfach hin, Leute. Äh, ja. Oh. Also, der Ork hat schon mal einen Pfeil in der Brust hier. Äh, im Kopf. Ja. Also, dann gucken wir uns einfach mal, was er für Rohstoffe hat. Also, hier Drogenkantel dabei. Also, es war gut, dass ich ihn ausgeschaltet habe. Schlafbaumsaft. Also, alles, was verboten ist, Leute. Hat dieser Ork bei sich gehabt. Also, ich habe richtig gehandelt. Äh, ja. Skyrim, tolles Spiel, muss ich sagen. Bestes Spiel im Offline-Modus. Na klar, bald kommt Far Cry 3 raus. Da kann ich Skyrim einpacken. Und ja. Hab gerade einen Wolf gehört, aber findet ihr nicht. Ah, da haben wir einen Wolf, Leute. Kein Problem. Aua. Baby. So. Folgen wir mal den Weg lang hier. Die Stimmung ist gigantisch. Wirklich, Endzeit-Feeling ist hier schon angekommen, muss ich sagen. So. What the fuck, ein Fuchs? Hä? Baff. Diesch. So, da vorne ist noch irgendwas. Ich weiß aber nicht, was das ist. Was ist das? Ja, hier haben wir einen Jäger auf dem Pferd. Hab ich auch noch nie gesehen. Gucken wir mal, was er so verkaufen hat. Aha, Fasanen oder Fälle. Wenn ihr einen Jäger seht, tötet ihn am besten. Am besten erst das Pferd hier. So. Der Jäger hat eigentlich keine Chance. Hier, guck mal, alle zwei abgeknallt hier, prima. Das war wirklich präzise hier. Ja, ihr könnt das Pferdefleisch nehmen natürlich hier und äh. Ja. Auf jeden Fall war es uns wieder von eurem YouTube Gamescom auf der PS3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein kleines Gameplay von The Elder Scrolls Skyrim auf der PS3. Ihr könnt mich gerne adden so auf der PS3. oder eine PN schreiben, da kommen wir mal zusammen. Call of Duty oder GTA online zocken. Und ja. Ich muss jetzt arbeiten. Berufsschule ist bei. Und ich sage nur, see you later, alle Jäger. Ciao. Euer YouTube Gamescom. Du, 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 du.